Bist du ein alter weißer Mann und gehörst deshalb selbstredend auf der Stelle gecancelt und für immer verboten? Das finden wir heute raus. Wir machen den ultimativen Bist du ein alter weißer Mann Test von der Seite feminismus.de. Also ihr könnt euch schon vorstellen, was da wieder gebacken ist. Ich mache den Test aus, weil ich bin definitiv ein extrem alter und extrem weißer Mann. Und am Ende haben wir noch die Auswertung. Bist du jetzt, sind wir jetzt alles alte weißer Männer, auch wenn wir junge schwarze Frauen sind, so ungefähr. Let's go. Im sehr neutralen Vorspann kriegen wir hier natürlich erklärt, dass wir alten weißen Männer natürlich für Pest und Cholera und sämtliche Übel dieses Planeten automatisch verantwortlich sind. Egal, was wir jetzt beruflich machen und so weiter und so fort. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Und jetzt gehen wir mal in den geilen Test rein. Und zwar, ich bin ein Cis-Mann, eine Cis-Frau. Mir über meine vielfältigen Privilegien bewusst. Hä, was ist das? Ich bin nicht mehrfach positioniert, marginalisiert. Und 0 ist immer die hardcore feministische durchgeknallte Antwort, die die Seite hier gerne hätte. Dann gehörst du zu den Guten. Und 3 ist immer das Schlechteste. Linksradikal ist gut und gibt 0 Punkte. Das heißt, dann gehörst du zu den Guten. Und 3 heißt, oh, dann bist du ein alter weißer Mann. Also, was bin ich hier von? Ja, nix davon. Alles Quatsch natürlich. Selbst das hier ist auch Quatsch. Ich bin ich. Wer ist man schon? Ihr kennt das aus meinen psychologischeren Videos. Cis-Mann. Was soll Cis-Mann? Was zum Geier soll das sein? Bin ich jetzt auch Cis-Weiß und Cis-Deutsch und ein Cis-Mann? Ist das jetzt hinter mir ein Cis-Grün und so weiter? Ich bin offensichtlich. Alle werden es erkennen können. Ein Mann. Dann geht es weiter mit, wenn mir eine attraktive Person begegnet. Achtung. Versuche ich nicht so hinzuglotzen? Ja, finde ich okay. Kann man machen. Versuche ich sie von mir und meiner Intelligenz zu überzeugen? Wussten Sie, dass ich Raketen baue? Ja, kann man auch machen. Kann aber auch hier Trottel- und Simp-Verhalten sein. Mache ich ihr ein Kompliment über ihr Äußeres und zwinkere ihr zu? Ja, kann man machen. Kann auch nervig und ätzend sein. Zuzwinkern kann auch wirklich mega schleimig sein. Und lächle ich sie an und frage etwas Unverfängliches. Geht alles, wenn man es vernünftig macht. Dann, was haben wir hier? Das ist mir in meiner Nachbarschaft besonders wichtig. Spätis, Fahrradwege und keine Bullen. Das ist wieder hier die links radikale Antwort. Natürlich und am Ende, wir rechnen noch zusammen. Dann, also genau, keine Bullen, weil das sind ja alles sowieso Schweine. Das sind jetzt nicht ganz normale Leute, die da halt arbeiten. Ja, Nachbarin von mir, die netteste Person der Welt. Das ist ein Bulle. Die sind ganz, ganz böse. Natürlich alle. Auch der jetzt hier in Mannheim das Messer in den Hals bekommen hat. Hör doch auf. War doch in Ordnung. War doch in Ordnung. Ist ja ein Bulle gewesen. Also, ja, auf Deutsch Hardcore-Links-Radikal hier. Dann, Sauberkeit, Ruhe und Parkplätze. Yes, das ist doch was Gutes. Pünktliche Müllabfuhr ist gut. Ordentliche Parkanlagen ist gut. Bezahlbare Mieten wäre schön. Höfliches Miteinander wäre auch schön. Und Spätis-Fahrrad ist natürlich die bekloppteste Antwort. Das ist hier wieder die beste. Dann, Kinderbücher. Jetzt kommt es. Sollten, ja, get them while they're young. Man muss sie bekommen und kriegen, wenn sie noch jung sind. Das haben schon nicht so nette Menschen, auch in der deutschen Vergangenheit, ganz gut drauf gehabt. Und auch hier ist es natürlich am Start. Und zwar, Kinderbücher sollten vielfältige Lebensrealitäten und Familien in Form abbilden. Kinder nicht verunsichern oder verhätscheln, sondern auf das wahre Leben vorbereiten. Sinnvollste Antwort. Also natürlich die schlechteste Antwort. Von Grimm, Astrid Lindgen oder Ottfried Preußler sein. Ja, kommt drauf an, wie die Inhalte sind. Wenn die Inhalte gut sind, ja. Wenn nicht, dann eher nicht so. Und dann nicht mehr vorgelesen werden, wenn sie rassistische Sprache reproduzieren. Ist wieder die geilste Antwort. Ja, es kommt drauf an, wenn natürlich total bescheuerte Inhalte drin sind, dann vielleicht nicht den Kindern vorlesen. Rassistische Sprache aus linksradikaler Sicht ist aber natürlich alles, was ich hier mache, ganz normales Video, ist natürlich hochgradig, rassistisch und rechtsradikal. Und ihr kennt ja die ganzen Begriffe, die auch den wirklichen Begriff und die wirkliche Gefahr von sehr weit rechts außen und so weiter, kennen wir ja aus der Vergangenheit, ja, total ins Lächerliche zieht. Und auch, ja, aufweicht, verwässert, inflationär benutzt. Das ist, wie ihr wisst, wie ich es immer sage, auch gefährlich. Dann, was wählst du in der Kantine? Da muss jetzt vegan sein, Achtung, egal, Hauptsache Fleisch. Ja, unterstütze ich ja durchaus. Vegan finde ich ja durchaus sinnvoll, das vegane Gericht. Ich frage den Küchenchef, was gibt es Nudeln? Scheiß, egal. Ja, Massentierhaltung, kennt ihr ja meine Meinung zu, dass das nicht das Geilste ist. Dann, geschlechtergerechte, das ist aber so, alle Linksradikale müssen jetzt vegan sein. Auch so ein Klischee, dass jetzt, wenn du rechts- oder konservativ bist, dann darfst du jetzt nicht vegan sein. Wenn du links bist, dann darfst du jetzt kein Fleisch essen. Nein, ist eure eigene Entscheidung. Ich mag Tiere, ich habe das gerne, wenn Tiere gut behandelt werden. Deshalb empfehle ich so vegan wie möglich. Dann, geschlechtergerechte Sprache. Ja, die ganzen Klischees bedeutet für mich. Das ist neumodisches Zeug für Leute, die den Unterschied zwischen grammatikalischem Genus und biologischem Geschlecht nicht kennen. Ja, sinnvollste Antwort ist natürlich wieder die schlechteste Antwort. Dann, ich nenne selbstverständlich beide Formen oder verwende das große Binnen-I, auf Deutsch darum gendern. Ich schreibe immer geschlechtergerecht mit Doppelpunkt Gender-Sternchen und Gender-Gap. Was für eine Zeitverschwendung. Ich versuche stets alle Gender, es gibt da mehrere Tausend, das wissen wir alle, mitzudenken und entsprechend sichtbar zu machen, im Geschriebenen wie im Gesprochenen. Das ist natürlich wieder die geilste Antwort hier. Gender gedönst. Wer das machen will, soll das machen, soll sich zu erkennen geben sozusagen. Das ist Privatsache, wie irgendwer quatscht. Nur bitte haltet es von mir und meinen Kindern fern, wenn ich denn welche habe. Jeder hat das Recht, sich zum Affen zu machen und Blödsinn zu quatschen oder sinnvolle Sachen zu quatschen. Nur geht mir nicht auf den Senkel damit. Und vor allem zwingt mich nicht, irgendwelche erfundenen Wörter anzunehmen. Wenn ich jetzt sage, ihr müsst mich jetzt Ihre und Majestät jedes Mal nennen oder als, wie war das bei Matt Walsh, meine Pronomen sind Handsome and Brilliant. My adjectives are Handsome and Brilliant. Und jedes Mal, wenn du über mich sprichst, musst du jetzt Handsome, also gut aussehend und brillant dazu sagen. Das würde auch keiner wollen. Ja, habe ich schon Videos drüber gemacht, über das Thema Gendern und warum ich da kein Fan von bin. Auf vielerlei Ebenen. Dann, welchem Sprichwort stimmst du am ehesten zu? Kein Bier vor vier. Nein, Alkohol ist nicht sinnvoll. Bier ist sowieso nicht sinnvoll. Du säufst dich da als Mann auch östrogenmäßig ungünstig zu einer Frau um. Und Alkohol ist ein Nervengift. Ja, macht was ihr wollt natürlich, aber ohne Alkohol wäre es natürlich besser. Dann, B, was sich nicht umbringt, macht dich stärker. Ja, ist ein bisschen plakativ, aber das ist natürlich wieder die schlimmste Antwort, weil da irgendwie das Leistungsprinzip und Härte und Besserwerden mit drin ist, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist der Tod eines jeden Hardcore-Feministen, weil wenn Persönlichkeitsentwicklung nötig wäre, dann hieß es ja, du bist noch nicht perfekt und Special Snowflakes sind immer perfekt. Und wenn du ganz weit links außen bist, dann hast du natürlich immer mit allem recht. Dann bist du auch vielfältig und tolerant. Du willst natürlich sonst was an Gewalt, dass das sinnvoll ist, aber du gehörst zu den Guten. Nein, du bist vielfältig und tolerant und fertig. Dann, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Und natürlich, ja genau, hier, all cops are bastards. Das ist die sinnvollste Antwort wieder auf Deutsch. Gewalt gegen Polizisten ist total in Ordnung. Eine wunderbare Frau oder Ends. Wir lieben alle ihre unkonventionelle Art. Was hältst du vom Tempolimit? Freie Fahrt für freie Bürger? Mir egal. Muss sein. Das ist doch pure Ideologie von Verbotsfanatikern. Tempolimit, ich fahre auch gerne mal schnell, aber Höchstgeschwindigkeit finde ich jetzt eher langweilig, wenn eher mal um die Kurven ballern. Angenehmer wäre es wahrscheinlich auf der Autobahn, wenn alle mit 100 oder 130 da durchfließen würden. Generell fände ich es sinnvoll, wenn Elon Musk mal ein bisschen in die Pötte kommen würde und das Robotaxi erfinden würde, dass ich die Karre nicht mehr selbst fahren müsste. Ab und zu mal selbst fahren, macht mir auch Spaß. Aber ja, das würde die Menschheit tendenziell ordentlich transformieren, wenn die Karren einfach selbst fahren, weil dann gibt es ja kein Pendeln mehr und so weiter. Sondern dann kannst du einfach hinten drin pennen oder arbeiten oder Freizeit verbringen und so weiter. Außer du bist einer von denen, denen Kotz schlecht wird, dann... Halt die Klappe! Du solltest mich nicht unterbrechen! Also Tempolimit kommt für mich darauf an. Bringt das jetzt unheimlich viel oder nichts? Entspannter wäre das wahrscheinlich, wenn alle mit 130 da durchfließen würden. Dann, ja, Geschmackssache, bin ich nicht tief drin in dem Thema. Dann, wenn du an Deutschland denkst. Denkst du an Berlin? Ja, das ist Teil von Deutschland. Hanau, Halle, NSU. Ja, das ist natürlich wieder hier und so weiter. Ihr wisst, worum es geht. Das ist aber auch Teil davon. Goethe und Schiller ist auch Teil davon. Aufklärung, Technik, Pünktlichkeit. Das ist jetzt das Schlimmste hier. Praktisch die guten Tugenden, die auch wichtig sind. Das sind natürlich wieder die Schlimmsten. Dann, was fällt dir zur Frauenquote ein? Unheimlich sinnvoll und gar nicht auch irgendwie sexistisch den Frauen gegenüber, dass sie durch Goten hereingehievt werden müssen und so weiter. Deshalb, kommt drauf an. So ein Quatsch. Leistung muss zählen, nicht Geschlecht. Da wisst ihr, das ist wieder die schlimmste Antwort. Natürlich, das Leistungsprinzip. Das ist das Schlimmste, weil dann würde man ja als Hardcore-FeministInnen was leisten müssen, was auf keinen Fall passieren darf. Liberal-Feminismus wird uns nicht befreien. Girls to the front. Dann, Karneval ist das Schlimmste. Achtung, Karneval verlasse ich die Stadt, nicht das Haus. Das ist die beste Antwort. Da denkst du erst mal, okay, was ist denn jetzt an Karneval? Jetzt wieder so schlimm. Und dann kommt, ach Gott, ja, die unglaublich rassistischen Kostüme. Wenn die Kitz sich dann als Winnetou verkleiden, dann haben natürlich, die Indianer sind alle, ja, völlig traumatisiert. Dadurch. Die Indianer allein, dass ich sowas hier sage, natürlich. Kann man schon mal fünf gerade sein lassen. Ja, kommt drauf an. Das ist schlecht, wenn du in der Beziehung bist. Da woanders rum machen, zum Beispiel. Dann versuche ich, die ganzen problematischen Kostüme zu ignorieren. Das ist jetzt keine Meinung hier, sondern die sind einfach problematisch. Und an Karneval ist alles erlaubt. Das ist natürlich die schlimmste Antwort. Ist auch eine wilde Antwort. Was heißt denn dann? Wieso sollte an Karneval alles erlaubt sein? Dann, was sagt dir Happyland? Musste ich erst mal googlen, was es ist. Und ich lese es vor. Happyland, das ist der Zustand, in dem weiße Menschen leben, bevor sie sich bewusst mit Rassismus auseinandersetzen. Weil als weißer Mensch, da weißt du ja gar nicht, wer hier Rassismus muss. Musste sich erst mal 100 Jahre informieren, dass das was Schlimmes ist. Und so weiter und so fort. Dann, und was haben wir noch? Du liest am liebsten Bücher von, und da musst du natürlich jetzt die Hardcore-Feministische. Wer kennt es nicht? Achtung, Enz, Lan Hornscheid. Das musst du natürlich lesen. Und hierbei bist du natürlich der absolut schlimme Weiße. Dann kommt die geniale Auflösung. Bei 0 bis 12 Punkten, wo ich wahrscheinlich nicht gelandet wäre, kommt Du bist definitiv kein. alter weißer Mann, aber sei dir bewusst, dass alte weiße Männer vermutlich ziemlich große Angst vor dir. Ich habe auch Angst, aber nicht so, wie es hier wahrscheinlich gemeint ist, sondern eher die Augenrollende Angst, sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt Kinder hätte, dann hätte ich vielleicht durchaus Angst um meine Kinder. Das muss man dazu sagen. Dann, 13 bis 20 Punkte. Du scheinst kein alter weißer Mann zu sein. Mach weiter so, damit Du nicht doch noch ein alter weißer Mann wirst. Könntest Du zum Beispiel anfangen, mehr Bücher von nicht weißen, nicht männlichen AutorInnen zu lesen? Ganz wichtig. 21 bis 29 Punkte. Da wäre ich wohl eher gelandet. Hm, Deine alter weißer Mann-Transformation ist offenbar nicht vollständig abgeschlossen. Bist Du vielleicht ein noch nicht ganz so alter weißer Mann oder eine zweite Welle-Feministin? Hier sind unbedingt weitere Fragen zur Klärung nötig. Und 30 bis 39 Punkte. Jetzt wird es absolut rechtsradikal natürlich. Hallo alter weißer Mann. Es freut mich, dass Du diesen Test gemacht hast. Denn das zeigt mir, dass noch Hoffnung besteht. Ein echter alter weißer Mann hätte nicht zu Ende gelesen, sondern stattdessen gleich in den Kommentaren mansplained. Ja, auf Deutsch, wir wollen hier keine blöden Kommentare hören. Einziger Kommentar war von Stefan, der schon ziemlich auf dem Feminismus-Trippchen natürlich ist, aber trotzdem gesagt hat. Also was ein bescheuerter Quatsch. Dieser beknackte Test. Ja, wie sieht es bei Euch aus? Seid Ihr alte weiße Männer, auch wenn Ihr junge schwarze Frauen seid, die das hier sehen? Ich denke teilweise schon. Ein absolut geiler Test. Das hat uns wahnsinnig viel gebracht. Ja. Und ist natürlich auch ein deutliches Pro-Argument dafür, mehr in diese hardcore feministische Richtung hier zu gehen. Das sind Leute, die ziemlich gut klarkommen in ihrem Leben, ziemlich positiv auch sind und sich selbst mögen. Und Männer und Frauen mögen Männer und Frauen auch positiv zusammenbringen wollen. Ja, vor allem die Polizisten auch. Also das läuft hier schon ziemlich gut, ziemlich inspirierend, ziemlich positiv alles. Ja, was mache ich noch hier? Da muss ich hin. Und wer zusätzlich noch richtig geile Flirt-Tipps von FeministInnen bekommen will, der zieht sich gerne das Video hier nochmal rein. Ist unten auch nochmal verlinkt. Auch ein absolut genialer Autounfall. Musik 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 Untertitelung. BR 2018